auch wenn du ein schlechtes Gehalt hast, niemals irgendwie denken, das sei jetzt ein Grund, irgendwie eine Forderung zu stellen und rebellisch zu sein. Hey, er ist dein Chef. Fürchte deinen Chef. Gehorche deinem Chef auf Arbeit. Und in dem Zusammenhang, lass mich was Unpopuläres sagen, Gewerkschaften sind zu 100% unbiblisch. Du als Christ solltest keiner niemals einer Gewerkschaft beitreten. Gewerkschaften sind pure Rebellion. Denn was machen Gewerkschaften? Sie schließen sich zusammen, um ein höheres Gehalt oder irgendwie einen höheren Tarif auszuhandeln und machen einen Streik. Nun, lass mich ein anderes Wort dafür finden. Rebellion. Ungehorsam. Und Gott hasst Rebellion. Gott hasst Rebellion. Gott hasst Ungehorsam. Und Gewerkschaften sind ein super Ausdruck von Ungehorsam, von Rebellion. Gewerkschaften sind unbiblisch. Du sollst einer Gewerkschaft nicht beitreten. Aber du hast so ein schlechtes Gehalt. Dann such dir doch einen anderen Job, wenn dein Gehalt so schlecht ist. Wie wär's damit? Hey, mit Furcht und Zittern solltest du deinem Chef gehorchen. Die Bibel verwendet harte Worte. Wenn du Christ bist, dann hast du keine Option, einer Gewerkschaft beizutreten. Das ist keine Option für dich. Wenn dein Gehalt wirklich so schlecht ist, dann such dir doch was anderes. Aber hier ist das Ding. Was ein jeder Gutes tun wird, ich zitiere Epheser Kapitel 6, Vers 8. Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Spielt keine Rolle, was du momentan für ein schlechtes Gehalt hast. Vielleicht findest du keine bessere Arbeit. Dann mach einfach weiter. Und wenn du morgen deinen Chef siehst, also nee, morgen nicht unbedingt, morgen ist Sonntag. Aber wenn du am Montag deinen Chef siehst, dann grüße ihn freundlich. Dann habe nicht eine verstimmte Haltung ihm gegenüber. Aber sei nicht, sei nicht irgendwie missmutig. Denke nicht an das Geld, sondern er ist dein Chef. Und du sollst dich ihm unterordnen. Sei höflich. Guten Morgen, Herr so und so. Tu deine Arbeit. Mach Überstunden. Ja, aber warum? Willst du nicht hart arbeiten? Gerade als Mann? Willst du nicht, dass Gott dich belohnt? Gewerkschaften sind unbiblisch. Pure Rebellion. Sich gegen den Arbeitgeber aufzunehmen. Das ist so unfassbar eigentlich. Ich meine, als Christ sollte sich unsere Haltung ändern. In so vielen Bereichen. Sollte sich unsere Haltung ändern. Sollten sich unsere Meinungen ändern. Als Christ solltest du es wirklich unfassbar finden, dass so etwas wie Gewerkschaften überhaupt existiert. Das ist unfassbar. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wenn ich ein Unternehmen hätte und sich die Arbeitnehmer auflehnen würden, höheres Gehalt fordern, was ist für eine bescheuerte Situation? Das ist doch unglaublich. Dann sucht euch doch einen anderen Job, wenn ihr unzufrieden seid. Und hier ist das Ding auf der anderen Seite natürlich, ich sage nicht, dass es wirklich passieren würde, denn auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ein Chef sollte seine Mitarbeiter ordentlich entlohnen. Und wenn er das tut wirklich, wenn er ein guter Chef ist, seine Mitarbeiter ordentlich entlohnt, dann würde es wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, dass Gewerkschaften gebildet werden. So kann man natürlich auch argumentieren, aber so oder so, es spielt keine Rolle. Das ist unfassbar. Das ist einfach nur Auflehnung gegen Autorität. Gott hasst das. 1. Samuel, Kapitel 50, Vers 23, ihr müsst das nicht aufschlagen. Da sagt die Bibel, Denn ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Das ist eine schwere Sünde, ungehorsam zu sein. Das ist eine schwere Sünde, rebellisch zu sein. Ich meine, da habt ihr es. Und wieder, was dann jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Ordne dich einfach unter und halte deinen weltlichen Chef in allen Ehren. Sei freundlich, sei höflich.